ich weiß es nicht kommt jetzt hier an mir vorbei vielleicht ein bisschen gefährlich was ich hier gerade machen ja wie soll ich denn jetzt weitermachen da ist ein gegner ein teamkollege da waren gegner irgendwo jetzt bin ich ganz alleine hier schnell nachladen jetzt werden sie mich sehen da sind welche da sind sie und gegner ausgeschaltet mit der shotgun schnell wieder eins vorrücken bravo ist gesetzt wir haben die das denn geschafft dabei habe ich doch hier so gut verteidigt dachte er würde mich mit dem c4 in die luft jagen aber das hat er nicht geschafft und ich muss zurück und die station verteidigen war ein bisschen zu offensiv wo sind die und da ist er und da ist er und da ist er und da ist er besser als das im gegnerischen Team, der erste. Oh, lala. Shotgun ist schon ganz cool. Nehm ich die denn? Ne, ich nehm nochmal hier mein gutes MG. XM8 LMG. Oh, Leute, passt doch ein bisschen auf. So, umgelegt. Payback-Nadel. Sehr gut. Oh, da steht einer. Da steht noch mehr. Bin ich ja froh, dass ich die beide gerade gesehen hab. Ah, man musste nachladen. Da kommen sie natürlich wie die Geier und löschen mir mein Leben aus. 4.500 Punkte jetzt schon fast. Ich hoffe, ihr habt defused. Komm, ich möchte da joinen, wo der Typ jetzt ist. Komm, lass mich doch in... Ne, da wollte ich nicht joinen. Da ist der Typ, den ich wollte. Sehr gut. Nemesis-Nadel. Jawohl, wir haben einen fünfmal umgelegt. Komm, da müssen wir uns noch einen von denen... Einmal müssen wir uns den noch schnappen. Komm, volle Möhre drauf da. Jawohl, zwei umgelegt. Ich mag diese Waffe einfach ultra gerne. Wie schnell man da mit Goldstars macht, das ist echt unglaublich. So, und jetzt wird A weiter verteidigt. Ich möchte da oben auf diese Anhöhung drauf. Wie, ich werde in den Rücken geschossen. Das ist aber schön. So, und jetzt muss man hier einfach nur so zielen. Und sobald da einer kommt, hagelt es gegen Feuer. Dann werde ich hier einfach mal den Knopf drücken, dann... Oh, Mörserschlag. Bringt euch einfach in Sicherheit, Leute. Also, das Team gefällt mir ja eigentlich ganz gut, was ich hier hab, weil da ist mal ein Team, was auch verteidigt und nicht dann sofort pusht, nur. Nur um Kills zu erlangen. Also, die hier verteidigen wirklich gut. Ist auch verteilt von allem Sniper, Medic und da war ein Sniper, ein Gegnerischer. Die stehen immer an derselben Stelle. Alle da oben. Hätte ich jetzt einen Sniper wieder genommen, würde ich einfach da einmal hochschießen, dann würde ich den eh sehen. Bei dem werde ich jetzt joinen. Warum verteidigen die da? Fragezeichen. Da ist doch nichts mehr. Verstehe ich nicht ganz den Sinn. Ja, da ist es passiert. Da ist es passiert. Gegenfeuer. So, da ist ein Gegner. Haben wir einen entschärft? Jawohl. Sehr gut. Da ist noch ein Gegner. Wir schießen einfach mal in die Richtung. So, schnell wiederbelebende Kiste schmeißen. Ihr dürft nicht blenden. Glaubt nicht mal, dass ich das zulasse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir mal gerade wieder einen Framedrop. Ist ja gern. Mann, lass mich doch durch, du dummer Idiot. So. Reanimation vom Squad. Gibt immer schön viel Punkte. Nächster Mörserschlag. Und unser Squad-Mitglied wird sterben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier geht es gerade ziemlich ab. Aber jetzt haben sie auch gemerkt, dass wir hier verteidigen müssen, meine Teammitglieder. Messer? Messer? Wer passt denn da nicht auf? Das frage ich mich immer. Wer bei so einer Aktion nicht aufpasst, dass der mich einfach messern kann. Jetzt hat er natürlich meine Waffe aufgenommen, war wahrscheinlich leer geschossen. Los, komm, schnell join. Ich weiß, wo du sitzt, mein Freund. Dann hagelt es was. Komm, lauf schneller. Ausgeschaltet. Der Freund, der mich da eben gemessert hat. Oh, wieder tot. F2000 Sturmgewehr. 2300 Punkte. Also schaffe ich schnell ein Level ab. Wo sind die hier irgendwo? Ja, dann join mal doch mal bei denen. Ach, hier ist das. Boah, immer diese Frame Drops. Mal hier rumgehen. Ja, hier ist doch gar nichts. Also gerade im Moment ist hier zumindest nichts. Ich glaube, ich werde wieder auf meine alte Position gehen. Oben in den Hügel, da wo mein anderer Kollege hier sitzt. Ist da oben ein Sniper. Ui, ich werde beschossen. Schnell alle reanimieren, die hier rumliegen. Ich sprinte hier rum und reanimiere alle und bin tot. Sehr gut. Und wieder so eine doofe Handgranate. Ja, die LMGs machen schon Spaß. Und zwar ungenau, aber wenn man mit der Waffe spielen kann, sind die natürlich sehr erfolgbringend und vor allem punktebringend. So, ich setze mich jetzt mal hier hin. Die sitzen eh wieder da hinten alle, die Sniper. Und ballern uns hier rein. Äh, Leg, komm. Leg, 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 hör auf. Jawohl. Ich rucke, rucke, ich rucke hier weiter vor. Einfach mal eine Granate irgendwo hin. Und dann mal wieder hier ein bisschen zurück. Ich bin eher der richtige Verteidiger, der dann hinten auch in der Base bleibt und nicht vorprescht. Noch acht Tickets haben unsere Gegner, dann haben sie verloren. Hätte denn da gerade alles niedergeballert. Ja, Munition kann ich dir nicht geben. Der Generator hier hat einen coolen Sound. Da kommen welche. Und tot, die kommen von hinten, wie auch immer sie das gemacht haben. Jetzt werden sie wahrscheinlich die Station setzen. 260 Punkte durch Squat-Heilung. Los, alle nach A. Die sind da ja jetzt überall, schätze ich mal. Warum haben wir so viele Frame-Drops, ihr Penner? So, alle niederschießen. Ja komm, einer muss defusen. Und wir haben gewonnen. Die acht Tickets haben gereicht für uns. Sehr gut. Da haben sie nicht mehr geschafft, die Kiste zum Explodieren zu bringen. Hätte, wäre die explodiert, wäre es weitergegangen. Aber so haben wir das Match gewonnen. Ja, komm. Die Statistik sagt, Usas Goldstar, genau. 5000 Punkte. Dann haben wir eine Nemesis-Nadel geschafft. Ja, das ist doch schon mal recht viel. 9500 Punkte gesamt mal wieder. Das ist schon ganz... 19 zu 14. Das ist okay, finde ich. Fast 3000 Punkte, schade. Und jetzt sind wir Angreifer auf der Map. Und ich unterbreche hier die Aufnahme, damit ich die Parts nachher alle einzeln hochladen kann. uldido. Hallo. 팔式 kettlebellAHOL iki peuple Luci8-H dubbel YourID-An naszego Regierung Ja, ich gehe heute unterbrechen. Vielen Dank.